Die Montessori-Glückskinder in Bad Kötzding sind die erste teiloffene betriebliche Großtagespflegestelle der Stadt. Die Einrichtung ist in der Seniorenresidenz St. Benediktus untergebracht. So können die dort angestellten Pflegefachkräfte nach einer Geburt wieder schneller ins Berufsleben einsteigen, da eine hausinterne Betreuung vorhanden ist. Außerdem stehen die ausgedehnten Öffnungszeiten und die wenigen Schließtage für eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sprechen gezielt berufstätige Eltern an. Gleichzeitig wird der Nachwuchs hier auch zu Randzeiten betreut, was bei vielen anderen Kinderkrippenangestellten Pflegeberufen durch den Schichtdienst oft an ihre Grenzen bringt. Durch das Miteinander von Heimbewohnern und Kindern werden von Grund auf soziale Kompetenzen gefördert, die Montessori-Glückskinder ein Schritt in Richtung Mehrgenerationen wohnen. Eine größere Sicherheit für behinderte Straßenverkehrsteilnehmer und eine höhere Lebensqualität durch Mobilität sind das Ziel von Grundhandicaps aus Eschelkamm. Ein wichtiges Thema, bei dem es immer noch große Defizite gibt, Bremssysteme an Fahrzeugen, zum Beispiel bei Fahrrädern. Denn bei handelsüblichen Fahrradbremsen ist der Bremsdruck zur Hälfte auf Vorder- und Hinterreifen verteilt. Bei einer Gefahrenbremsung heißt das, die Wahrscheinlichkeit eines Überschlags bzw. eines Wegrutschens des Vorderrades ist groß. Deshalb hat Andreas Grund eine Einhandbremse mit variabler Druckkraftverstellung entwickelt. Der Kunde kann mit einem Hebel sowohl die Vorder- als auch die Hinterradbremse betätigen und gleichzeitig den Bremsdruck unterschiedlich auf die Räder verteilen. Hierfür werden hydraulische Hochdruckleitungen an einem speziell von Grundhandicaps entwickelten Bremsdruckverteiler angeschlossen. So kann der Radfahrer den Bremsdruck prozentual von außen anpassen. Die Einhandbremse mit variabler Druckkraftverstellung ist somit ein kleiner Schritt, die Lebensqualität und Mobilität behinderter Straßenverkehrsteilnehmer zu erhöhen. Wenn Rohrleitungen saniert werden müssen, dann sind oft große Baustellen nötig. Lange Gräben müssen ausgehoben werden. Eine international zum Einsatz kommende Technologie zur grabenlosen Sanierung von Druckleitungen ist PrimusLine. Mit diesem Verfahren müssen nur am Anfang und am Ende des zu sanierenden Abschnitts kleine Baugruben errichtet werden. Egal ob in Städten, unter Wasserläufen oder auch in freiem Gelände. Basis des Verfahrens bilden ein flexibler Hochdruckschlauch und die eigens für das System entwickelte Verbindungstechnik. Zur Erneuerung wird der PrimusLiner über zwei Baugruben in das Altrohr eingezogen und an den Enden mit speziellen Verbindern an die bestehenden Rohre und somit an das Leitungsnetz angeschlossen. Das hat vor allem zwei Vorteile. Zum einen ist PrimusLine ein besonders leistungsfähiges Sanierungsverfahren. Leitungsbögen und große Einzugslängen von bis zu 2500 Metern sind kein Problem. Zum anderen bietet PrimusLine ökologische und ökonomische Vorteile. Der Eingriff in die Natur oder den Verkehr ist gering, nur wenige Maschinen sind nötig. PrimusLine verlängert außerdem die Lebensdauer der Leitungen um mindestens 50 Jahre. Die Seniorenarbeit ist der Gemeinde Arach seit jeher wichtig. Die älteren Mitbürger sollen nicht ins Hintertreffen geraten, ihren gesellschaftlichen Anschluss nicht verlieren und auch Hilfestellungen bei den Geschäften des alltäglichen Lebens erhalten. Natürlich nur, sofern sie diese benötigen. Deshalb wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Sepp Schmidt vom Gemeinderat Arach die Einführung einer hauptamtlichen Seniorenbetreuung beschlossen. Seitdem kümmert sich Marion Weber, die ehemals ehrenamtlich für die Seniorenbetreuung zuständig war, um die älteren Bürger in Arach. Ein Augenmerk ihrer Arbeit liegt dabei auf der Unterstützung von Senioren beim Ausfüllen von Antragsformularen, wie zum Beispiel zum Erreichen einer Pflegestufe. Aber auch Fahrten zum Arzt oder zur Apotheke organisiert Marion Weber für die Senioren. Die enorme Nachfrage seitens der Aracher Senioren zeigt den hohen Bedarf und die Notwendigkeit dieser Neuerung. Kostbare und außergewöhnliche Materialien wie Edelhölzer, Büffelhorn und Mais, eine Bandsäge und eine Drechselbank. Viel mehr braucht Christoph Dengler nicht, um daraus in Handarbeit individuelle hochwertige Schreibgeräte herzustellen. Nach ausführlicher Beratung entstehen auf individuellen Kundenwunsch einmalige Schreibgeräte wie Füller, Rollerball und Drehkugelschreiber. In jedem Unikat liegt dabei eine persönliche Geschichte oder eine außergewöhnliche Idee zugrunde. Regionalem Einkauf und einem traditionellen, fast ausgestorbenen Handwerk auf der einen, steht auf der anderen Seite ein Mix an modernsten Vertriebsmethoden über Internet und sozialen Medien gegenüber. Die wichtigsten Bestandteile dabei sind eine Internetseite mit Blog, Mail-Marketing sowie eine Facebook-Präsenz. Christoph Dengler erreicht damit einen großen Kundenkreis. Seine Kunden stammen aus Deutschland, dem europäischen Ausland und sogar aus den USA. Christoph Dengler beweist, kreatives Unternehmertum im Kleinen kann den nötigen Akzent zum flächendeckenden Rückgang des stationären Einzelhandels im ländlichen Raum bilden und die Region stärken. Ein flexibles Fertigkastenlager für Rolllädenkästen ist die jüngste Entwicklung der Firma Rollladen Braun. Dieses Lager ist sowohl für Gurt als auch für Motorantriebe aller Hersteller verwendbar. Es hat viele Vorteile. Es ist nicht hersteller- oder typgebunden. Die Umrüstung von Gurt auf Motorantrieb eines Rollladens ist einfacher, schneller und somit kostengünstiger. Bisher waren für jeden Hersteller und je Antriebsart, also Gurt oder Motorantrieb, unterschiedliche Lager für Rolllädenkästen erforderlich. Allein 10 bis 15 Fertigkastenlager benötigte die Firma Braun bisher. Zudem musste bislang bei einem späteren Umbau von Gurt auf Motorantrieb auch das Lager gewechselt werden. Auch ist die Lagerhaltung für Hersteller und Verarbeiter einfacher, da die Bereithaltung von mehreren verschiedenen Typen und Fabrikaten entfällt. Die Idee für das universelle Lager hatte Rüdiger Baumgärtner, Mitarbeiter bei Rollladen Braun. Umgesetzt wurde sie von der Firma Selve, einem der führenden Lieferanten für Rollladenzubehör. Selve möchte das flexible Fertigkastenlager außerdem zum Patent anmelden. Fast jeder zweite Haushalt in Deutschland besitzt bereits einen Smart TV. Mit so einem internetfähigen Fernseher können Zuschauer durch TV-Apps direkt auf Mediatheken oder TV-Kanäle von Weltmarken zugreifen. Möglich macht das der Smart TV-Spezialist MacMedia. Die innovative Firma aus Furt im Wald ermöglicht Unternehmen und Organisationen, ihre Inhalte und Angebote ins Fernsehen zu bringen. Und das sehr aufmerksamkeitsstark und kostengünstig. MacMedia verbindet für seine Kunden auf diese Weise die Vorteile des Internets mit dem Medium Fernsehen. Die Experten von MacMedia stehen den Unternehmen dabei von der ersten Beratung über das App-Konzept und ein ansprechendes Design bis hin zur Entwicklung mit Rat und Tat zur Seite. Namhafte Unternehmen wie Porsche, Mercedes-Benz, ProSiebenSat1 oder Audi zählen zu den Kunden von MacMedia. Die Furter TV-App-Schmiede hat sich so mittlerweile zu einem führenden Technologiepartner für Smart TV entwickelt. Eine der größten Herausforderungen für die Einführung von Elektromobilität ist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge. Mit herkömmlichen teuren Ladesäulen ist das kaum realisierbar. Die Lösung? Ein einziger mobiler Zähler pro Verbraucher. Ein flexibles Laden an vielen günstigen Systemsteckdosen wird so möglich, befinden sich doch der geeichte Stromzähler und die Kommunikationseinheit Mobil im Fahrzeug. Im Rahmen des von BMWi geförderten Projekts Onboard Metering wurde durch die Projektpartner ein Mess- und Abrechnungssystem entwickelt, welches über den aktuellen Stand in Wissenschaft und Technik hinausgeht. ITF EDV Fröschl mit Sitz in Walderbach als Projektpartner entwickelte ein Leitstellensystem zur sicheren Authentifizierung der Systemteilnehmer, sicheren Übertragung von Messdaten und Umsetzung verschiedener Prozesse im Zusammenhang mit Ladefunktionen. Dieses Leitstellensystem fungiert als Schnittstelle zwischen dem mobilen Zähler im Fahrzeug und den nachgelagerten Systemen. Die Zähldatenübertragung erfolgt sicher über das Mobilfunknetz. Laufende Kosten am Ladepunkt für Online-Kommunikation und Messdatendienstleistungen entfallen vollständig. So wird die Installation von Ladepunkten wirtschaftlich attraktiv. Sie können quasi überall dort entstehen, wo sie benötigt werden. Ein kontrollierter Luftaustausch sowie eine Lüftung zum Schutz vor Feuchtigkeit in Wohnräumen können nur durch eine aktive Lüftungsanlage gewährleistet werden. Im privaten Bereich ist deshalb eine dezentrale Lüftungsanlage unverzichtbar. Für diese hat die Firma Schweiger Rollladen GmbH aus Roding einen speziellen Multidämmblock entwickelt. Er ermöglicht unter anderem den wärmebrückefreien Einbau, hat sogar Passivhauszulassung und vermeidet die Bildung von Kondensat im Lüfterbereich. Der Multidämmblock ist für alle Wandstärken geeignet und kann auch für die Altbausanierung verwendet werden. Ein beidseitig 100%ig wandbündiger Einbau sowie Designblenden sorgen zusätzlich für eine schöne Optik. Die Schweiger Rollladen GmbH hat den Multidämmblock als Patent angemeldet und hat bereits Vorbestellungen von Händlern aus Österreich, Frankreich und Italien. Patienten, die durch Krankheit unter einem gestörten Lymphtransport und somit unter Wassereinlagerungen leiden, kennen das Problem. Sie müssen eine Lymphdrainagentherapie absolvieren und finden keine geeigneten Schuhe, die trotz gewickelter Beine beim Laufen festen Halt bieten. Und das, obwohl ausreichend Bewegung ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist, um die Flüssigkeit aus den geschwollenen Extremitäten abzutransportieren. Abhilfe schaffen hier die Lymphschuhe von Florettauskam. Sie sorgen für festen Halt, egal in welchem Stadium der Therapie. Sie sind aufgrund ihrer Konstruktion und der verwendeten Materialien so gestaltet, dass sie sich mit zunehmendem Therapieerfolg an die Füße der Patienten anpassen. Geht die Schwellung zurück oder wird weniger dick gewickelt, setzt der Schuh immer noch fest am Fuß und sorgt für einen sicheren Halt bei Bewegung und Sport. Mit den Lymphschuhen konnte eine Nische im Gesundheitsbereich geschlossen werden. Oberflächen, die antibakteriell und resistent gegen Schimmelpilze und multiresistente Erreger, sogenannte Krankenhauskeime sind. Vor allem in Krankenhäusern und Bäckereien ist ein enormer Bedarf für solche Beschichtungen vorhanden. PowerColor International aus Roding hat für diese Probleme das sogenannte Ultra-Low-Konzentrat entwickelt. Es kann in verschiedenste Farben und Beschichtungsstoffe für Wände, Fußböden oder Griffe eingearbeitet werden. Das Konzentrat eignet sich speziell auch zur Reduktion multiresistenter Keime um 99,99 Prozent in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen. So entsteht eine sichere Arbeitsumgebung für das medizinische Personal. Auch zur Zersetzung und zur Verhinderung von Schimmelbefall in Lebensmittelbetrieben, zum Beispiel auf Gärgutträgern in Bäckereien, kann Ultra-Low verwendet werden. Das Konzentrat enthält keine Nanobartikel und Silberionen und hat keine toxischen Auswirkungen für Mensch und Tier. Das Unternehmen garantiert eine schimmelfreie und antibakterielle Wirkung für fünf Jahre. Der schöne Bayerische Wald als Geburtsstätte von Actionfiguren aus Holz. Das möglich macht die Firma Weiß Natur Idee Pur aus Zand mit ihren Helden aus Holz. Vor Ort werden die Figuren im hochwertigen und modernen Maschinenpark gefertigt. Das innovative Design und das neuartige Baukastensystem sollen die Kreativität und das abstrakte Denken von Kindern fördern. Die Firma Weiß Natur Idee Pur hat mit den Helden aus Holz eine Idee der ReVoodoo GmbH aus Gladbeck weiterentwickelt und zu einem fertigen und serienreifen Produkt umgesetzt. Passend zum Naturstoff Holz ist auch die Verpackung zu 100 Prozent recycelbar. Erste Helden aus Holz wurden auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert. Das Interesse war groß. Momentan baut Weiß Natur Idee Pur den Maschinenpark aus. Eine rationelle Serienfertigung wird bald möglich sein. Seitdem vor ein paar Jahren in den Medien über schlimme Skiunfälle berichtet wurde, bei denen die Beteiligten keinen Helm trugen, hat sich dieser bei den Skifahrern immer mehr durchgesetzt und gehört mittlerweile zum normalen Bild auf den Skipisten. Daher werden auch die Helme selbst immer weiterentwickelt. So auch bei Uwex Sports in Lederdorn. Die neueste Entwicklung des Unternehmens ist ein innovatives Anpassungssystem. Uwex Jack Plus, das neu designte Innenleben des Helms mit patentiertem Anpassungssystem Octo Plus, saugt sich förmlich am Kopf fest und passt sich automatisch an. Octo Plus, das sind elastische Lamellen, die den Kopf des Skifahrers von allen Seiten umschließen und sich weich an die Kopfform anpassen. Es ist das erste selbst anpassende System auf dem Helmmarkt und garantiert bequemen, festen Sitz, ohne zu verrutschen und steigert damit die Sicherheit. Ein neues Firmengebäude ohne extra eingebaute Klimatisierung und dennoch eine konstante, angenehme Temperatur zwischen 21 und 24 Grad. Die neue Produktionshalle der Mikropräzision GmbH in Roding ist ein wahres Multitalent. Für den Winterbetrieb dient die Prozessabwärme der vielen Maschinen als Heizenergie. Im Sommer wird durch intelligentes Lüften die Wärme nach oben hin abgeleitet. Im Gegenzug strömt kalte Luft von unten durch geöffnete Kellerluken und Luftschächte in die Produktionshalle nach. Die spezielle Bauweise des 19 Meter hohen, in den Hang gebauten Gebäudes unterstützt dieses System. Die hohen Anschaffungs- und Energiekosten einer zusätzlichen Klimatisierung konnten so gespart werden. Zusätzlicher Nebeneffekt, ein geringerer Ausfall der Arbeiter durch Krankheit, die in vielen Fällen durch den Luftzug einer Klimaanlage verursacht wurde. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt zusätzlichen Strom für die Fertigungsmaschinen in der Halle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017